Mein Name ist Adrian und wenn du Videos für wertvoll hältst, sich jede Produktion bei dir aber nach einem Experiment anfühlt, dann ist dieses Video hier das Richtige für dich. Denn dann machst du etwas falsch. Es kann kein effizientes Vorgehen sein. Wir schauen uns einfach mal die Produktionszeit an. Die Netto-Produktionszeit, also die tatsächliche Aufnahmezeit, die können wir schlecht effizienter gestalten. Aber die Brutto-Produktionszeit, also die Zeit, die wir drumherum so brauchen, um dieses Video eben fertigzustellen. Schauen wir uns das einfach mal in der Kooperation mit einem Dienstleister an. Gegebenenfalls müssen wir uns erstmal einen Dienstleister suchen, auswählen. Wir haben die Situation, dass wir unser Projekt beschreiben müssen, abstimmen müssen. Vielleicht haben wir noch konzeptionelle Arbeit mit dem Dienstleister. Dann muss das entsprechende Equipment geplant werden, gepackt werden. Man muss anreisen als Dienstleister, muss die Produktion machen. Da haben wir dann mal im Kern unsere Netto-Produktionszeit. Und dann geht das Ganze wieder zurück. Es muss abgebaut werden, das Material muss wieder verräumt werden und so weiter. Und dann müssen wir auch noch alles in der Post-Production abstimmen, weil vermutlich ist es ein neues Format. Wir haben irgendwie neue Sachen gemacht und dementsprechend ist hier viel Abstimmungsaufwand, um dann tatsächlich zum fertigen Video zu kommen. Und verstehe mich nicht falsch, unser Background als Fullfilm ist eine Videoproduktionsfirma. Vor sieben Jahren haben wir eine Videoproduktionsfirma als Dienstleister gegründet und bieten genau das an, was ich gerade dargelegt habe. Aber wir haben eben auch gemerkt, dass es viele Produktionen gibt, wo das einfach ineffizient ist. Gleichzeitig gibt es auch Produktionen, da braucht man einen Profi an der Kamera, da braucht man High-End-Technik, um die entsprechenden Ergebnisse zu erzielen. Aber es ist halt lange nicht bei all den Sachen, die Unternehmen heute so kommunizieren müssen und vielleicht auch können. Das ganze Potenzial, das im Videothema drinsteckt. Und jetzt gehen logischerweise viele Unternehmen hin und verlagern gewisse Videoproduktionen nach intern. Man sucht sich einen Mitarbeiter, der da einigermaßen affin ist, vielleicht als Hobby Fotografie hat. Und dann sagt man, hey, könntest du nicht diese entsprechenden Videos produzieren? Schreib mal eine Liste mit Material, was du gerne hättest, dann schaffen wir ein bisschen Equipment an und dann legen wir los. In der Regel hat diese Person aber vorher auch einen Vollzeitjob gehabt. Und da kommt dann immer das Problem, dass wenn das so nebenbei passiert, dass man dann relativ unstrukturiert das Ganze aufbaut, keine Checklisten, keine klaren Abläufe und Verantwortlichkeiten hat. Und dann entsteht eben auch wieder sehr viel Overhead, sehr viel Zeit, die intern dann benötigt wird, um auf entsprechende Ergebnisse zu kommen, die ja vielleicht nicht mal unbedingt zufriedenstellend sind, weil die Qualität dann vielleicht nicht passt, weil das Material vielleicht nicht passt, weil vielleicht die Kompetenz nicht ganz da ist. Und man ist dann einfach in diesem Experimentierprozess. Und egal, ob wir jetzt extern produzieren mit einem Dienstleister oder Inhouse produzieren, wir haben immer diese Frage nach der Kosten- und Nutzenrechnung für das einzelne Video. Was kostet uns das einzelne Video in Bezug auf das interne Personal, in Bezug auf Aufwände? Und was, glauben wir, bringt uns dieses Video? Und an diesen beiden Stellschrauben müssen wir eben drehen, um lohnend in Zukunft Videos produzieren zu können. Und dafür müssen wir die Kosten senken und gleichzeitig aber auch die Qualität, die letztlich rauskommt, steigern. Und da ist doch die Frage, wie kriegt man genau das hin? Und ich greife diesen Punkt hier in diesem Video nochmal auf. Weil ich diese Woche ein Webinar gehalten habe, falls du in Zukunft zu solchen Veranstaltungen kostenlos eingeladen werden möchtest, findest du den entsprechenden Link für Updates unten in der Videobeschreibung. In jedem Fall war das Feedback von den Teilnehmerinnen, dass das der wertvollste Punkt aus dem ganzen Webinar war. Letztlich das Geheimnis, wie ich es parallel zu meinem Arbeitsalltag geschafft habe, in den letzten Jahren über 1000 Videos vor der Kamera aufzuzeichnen. Sowohl für YouTube, für LinkedIn, aber natürlich auch für unsere Videokurse. Und da möchte ich dir einfach einen kleinen Einblick geben. Und obwohl wir eine Videoproduktion sind mit Profis, High-End-Technik und so weiter, ist es für mich das Wichtigste gewesen, dass ich das hier habe. Mein eigenes fest eingerichtetes In-House-Videostudio. Mein eigenes Setup, wo immer alles gleich ist, wo ich super schnell in die Produktion starten kann. Und an dieser Stelle möchte ich ein kleines Bild für dich malen. Stell dir vor, du sitzt in einem Restaurant. Du hast ein mega geniales Essen vor dir. Und jetzt hast du die Chance, kurz mal mit dem Koch zu sprechen. Und dann stellst du ihm die Frage, was er für eine Pfanne benutzt hat. So fühle ich mich, wenn ich häufig in Bezug auf Videoproduktion gefragt werde. Ich werde gefragt, welche Kamera soll ich benutzen? Und es kommt natürlich auf die Zubereitung an. Und das würdest du ja auch diesen Koch fragen. Und der Koch würde wahrscheinlich antworten, ja, hier habe ich diese Abwägung machen müssen. Hier diese Einschätzung treffen müssen. Hier musste ich mir überlegen, ob ich das so oder so mache. Und du sagst dann, nein, ich will diese ganzen Abwägungen, diese ganzen Entscheidungen nicht treffen müssen. Ich will diese Expertise gar nicht haben müssen. Ich möchte eine Abkürzung haben. Und im Kontext von einem Koch kennt jeder den Begriff dafür. Und zwar, du möchtest ein Rezept, eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, unplanbar dieses Ergebnis erreichen zu können. Und übertragen auf den Kontext der Videoproduktion heißt das erstmal, Variablen zu reduzieren. Wenn du jedes Mal entscheiden musst, aus welcher Perspektive filme ich jetzt, mit wie vielen Kameras filme ich, wie soll das Licht aussehen, dann wird diese Anleitung, dann wird dieses Rezept extrem lang. Und du brauchst viel Kompetenz, um dieses Rezept durchführen zu können. Und deshalb brauchen wir Konstanten, brauchen wir Automation, das Licht, was auf Knopfdruck immer genau richtig ist, die Kamera, die fertig eingestellt ist, das Audio, was immer gleich und hochwertig klingt. Und dafür brauchen wir Automation und eben entsprechenden Konstanten. Und das haben wir jetzt im Rahmen von über 100 Studios, die wir im ganzen deutschsprachigen Raum aufgebaut haben, testen können. Und es funktioniert. Man kann mit einem Profi einmal das einrichten, diesen Aufbau machen, ein Rezept ableiten, dass man dann Schritt für Schritt eben diesen Ablauf durchgehen kann von den Sachen, die eben für jedes einzelne Video noch anfallen. Und den Rest kann man automatisieren. Und natürlich muss das zu dir letztlich passen. Du musst dir überlegen, will ich präsentieren im Stehen? Will ich präsentieren im Sitzen? Habe ich eine PowerPoint-Präsentation, die ich gerne einbinden möchte? Oder ist es doch eine Handschrift, die ich nutzen möchte? Ja, all diese Sachen, die muss man sich natürlich individuell anschauen, sodass das Rezept dann letztlich zu dir passt und auch das Endergebnis, das Format zu dir passt. Aber dann kann man sehr viel automatisieren und sehr viel dafür sorgen, dass eben dieses Rezept aus sehr wenigen einzelnen Schritten besteht und man damit planbar zu einem sehr hochwertigen Ergebnis kommt. Und dann kann man sich noch ganz wenige spezifische Variablen aussuchen, wo man sagt, okay, ich möchte nicht, dass jedes Video genau gleich ist. Ich überlege mir jetzt so ein paar Variablen, mit denen ich dann arbeiten kann. Beispielsweise eine Hintergrundfarbe, die ich wechseln kann. Oder vielleicht die Möglichkeit, dass ich im Hintergrund mit einem Greenscreen und damit mit einer Präsentation oder so arbeiten kann. Vielleicht auch ein Setting, wo ich im Hintergrund ein paar räumliche Veränderungen machen kann, ein Regal reinstellen kann oder auch nicht. Oder vielleicht habe ich auch zwei, drei Kameraperspektiven, die fest installiert sind, wo ich mal ein Video aus der einen Kameraperspektive mache, mal ein Video aus der anderen Perspektive. Man kann über diese Variablen sprechen, aber letztlich muss einem bewusst sein, dass jede Variable dazu führt, dass das Rezept komplexer wird und damit natürlich auch die Bruttoproduktionszeit immer wieder steigt. Und da lieber erst mal effizienter sein und dann auch mit steigendem Know-how, mit steigender Kenntnis im eigenen Team dann wieder mehr Variablen aufmachen. Das ist aus unserer Perspektive, aus der Erfahrung heraus, das, was am besten funktioniert. Und hier muss ich nochmal sagen, wenn diese Grundlage gelegt ist, dann habe ich eben auch die Chance, arbeitsteilig vorzugehen. Dann habe ich die Chance, Sachen zu bündeln, weil ich dann vielleicht eine Person habe, die so wie ich hier eigenständig Videos aufzeichnen kann, ohne dass irgendeine andere Person dabei sein muss. Weil man vielleicht fünf, sechs Videos konzipiert hat, weil man einen klaren Prozess hat, dann fünf, sechs Videos on-Block aufzeichnen kann und fünf, sechs Videos vielleicht auch arbeitsteilungsmäßig mit einem externen Dienstleister in die Videoproduktion schicken kann. Und all diese Themen sind einfach unfassbar wertvoll im eigenen Setting, wenn man viele Konstanten hat und für alles, was keine Konstante ist, eben einen ganz klaren Ablaufplan, ein Rezept zur Verfügung hat. Abschließend kommen wir aber leider noch zu einem übergeordneten Problem, was häufig aus dem Blick gerät. Wir möchten nämlich nicht für Ergebnisse sorgen mit unseren Rezepten, die uns schmecken primär, sondern die der Zielgruppe schmecken. Wir wollen ja Aufmerksamkeit und Vertrauen von der Zielgruppe, um letztlich auf unsere Unternehmensziele einzahlen zu können und um an der einen oder anderen Stelle gegebenenfalls sogar eben entsprechende Engpässe für unser Unternehmen aus dem Weg räumen zu können. Dafür machen wir Videokommunikation, um das Unternehmen voranzubringen und dafür müssen wir eben entsprechend etwas machen, was der Zielgruppe schmeckt, was der Zielgruppe gefällt. Und dafür braucht es eine Strategie. Und diese Strategie, wenn man jetzt die Analogie letztlich zieht, wäre dann sowas wie wenig Kalorien, viel Protein. Und daraus leiten sich dann eben entsprechende Rezepte ab. Und genau so ist es letztlich auch in der Videoproduktion. Und da muss man sich auch klar sein, über diese Strategie, welche Unternehmensziele, welche Unternehmensengpässe wollen wir eben entsprechend angehen mit dem Thema Videokommunikation und wie können wir Videos dafür nutzen, um eben unsere entsprechende Zielgruppe damit einzubinden, um Aufmerksamkeit zu schaffen und Vertrauen zu schaffen. Und wenn wir dich, um im Bild zu bleiben, sozusagen als Profiköche unterstützen dürfen, auf diesem Weg eine gemeinsame Strategie entwickeln, um herauszufinden, wie du Videos effizient für dich und deine Organisation einsetzen kannst, um letztlich auch die entsprechenden Checklisten zu erarbeiten und Abläufe zu erarbeiten und vielleicht auch für ein Inhouse-Videostudio zu sorgen, sodass du so wie ich hier sehr simpel, sehr hochwertige Videos aufzeichnen kannst, dann melde dich sehr gerne bei uns. Informationen findest du in der Videobeschreibung. Und ansonsten freue ich mich, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020